Willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview, liebe Zuschauer. Der heutige Experte an meiner Seite ist Florian Söllner. Schön, dass du da bist. Florian, wir kehren so langsam zum Normalzustand zurück. Da bewerte ich jetzt nicht nur deine Frisur, du warst offensichtlich jetzt doch mal endlich kein Schülpfer. Gott sei Dank, ich habe es geschafft, ja. Sehr befreiend. Das glaube ich. Der DAX, einen Befreiungsschlag nach dem nächsten sehen wir da. Zu Wochenbeginn auch gleich wieder drei Prozent knapp zugelegt. Letzte Woche ordentliche Zugewinne davor sowieso. Also denkst du, es kann so weitergehen oder kommt da nochmal ein deutlicher Rücksetzer? Also richtig schön. Wir haben schon letzte Woche gesagt, hier geht es jetzt in Schwung nochmal rauf. Hier wird es erstmal kritisch. Grundsätzlich ist immer die Frage, sehen wir die große Fahrerholung oder die großen Crash? Da gibt es ja viele Experten. Wir haben jetzt Dr. Markus Krall im Interview, der einerseits Superinflation, aber auch Crash befürchtet. Warren Buffett hat unten sozusagen Luftnierenaktien verkauft. Also die Meinungen gehen weit auseinander. Gleichzeitig kommt so eine Superwelle an neuen Aktionären. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA 800.000 neue Kontos eröffnet zum Traden. Also es ist ganz unterschiedliche Gemengenlage. Was am Ende passieren wird, ist meine Meinung die, dass wir eine Teilung sehen. Wir sehen so die Superdivision, kann man es nennen. Weder den Supercrash noch die Superinflation der Aktienwerte, sondern wir werden tatsächlich sehen, dass Tech-Werte, Profiteure einfach schnurstracks nach oben weitermarschieren. Da haben wir gleich ein paar Spannende dabei. Gleichzeitig alte Branchen es tatsächlich schwer haben werden, wieder diese Hochs zu erreichen. DAX wird hier kritisch und es wird sich zweiteilen. Man muss wirklich gucken, in den nächsten Monaten und Jahren auf die richtigen Zukunftstrends zu setzen, die jetzt sich gut schlagen. Vor Corona haben wir ja beinahe wöchentlich auf das Thema Wasserstoff geblickt und das wollen wir natürlich auch jetzt mittlerweile, oder wollen wir wieder tun. Was hat sich denn mittlerweile getan? Hier sehen wir Ballard Power. Ballard Power ist noch ein bisschen eine Wartestellung. Hier würde ich als Trader einfach mal abwarten, bis wir hier auch diesen Schwung reinnehmen, weil was wir gleich sehen, europäische Titel sind derzeit dynamischer, kommen jetzt schon wieder richtig in Schwung. Aber Ballard Power, wir hatten ja Interview mit dem Chef Ende des Jahres, der hat nochmal darauf hingewiesen, wir wollen wieder ein Rekordjahr schaffen, 20, 30 Prozent Wachstum. Und er hat jetzt nochmal Argumente vorgelegt, weswegen trotz Corona es weitergeht. Acht Argumente für Wasserstoff hat er aufgezählt in einem Blogbeitrag, auch nochmal nachzulesen, heute später auf aktionär.de, der eben sagt, grundsätzlich die Förderungen bleiben bestehen. Die Regierungen sparen jetzt nicht an der Wasserstoffförderung. Er glaubt auch, es kommen neue Förderungen hinzu, weil man gesehen hat, Corona hat sich weiter verbreitet in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung. Er glaubt, es gibt große Partnerschaften von Autoherstellern, die sparen müssen, nicht selbst Wasserstoff entwickeln, vielleicht Partnerschaften eingehen mit Ballard Power beispielsweise. Übrigens bei der Power Firecard 25-Jährige, das Bestehen an der Börse, ist das Urgestein. Es gibt viele Argumente für Wasserstoff. Er sagt auch, gerade Trucks, die Nachfrage nach Trucks, wie wir hier Nikola sehen, die eben hier jetzt an die Börse streben mit Wasserstoff und auch Batterie. Er sagt, die Nachfrage nach Wasserstoff-Trucks steigt jetzt eher, weil im E-Commerce-Bereich sehr, sehr viel Logistik gebraucht wird. Es gibt also einige Argumente für Wasserstoff. Hier mal ein schönes Beispiel dafür. Und wir sehen gleich nochmal einen richtig schönen Chart, den wir auch im Depot haben. Depot 2030. Hotztag-Report. Ich nehme an, wir sehen gleich die Neil noch. Genau, die kann ich jetzt in diesem Moment sehen. Ist ja auch Partner von Nikola, da hat man immer geguckt. Genau, und Nikola steht jetzt Anfang Juni an die Börse. Insofern profitiert Neil jetzt schon mal und eben auch vom Green Deal. Es wurde geleakt, die EU-Kommission hat im Vorschlag, das eben über 55 Milliarden Euro investiert werden, sollen zusätzlich europaweit in neue Energien, neue Mobilität und der Großteil solle eben in Wasserstoff gehen. Und gerade auch Infrastruktur wird ein wichtiges Thema bleiben. Insofern wäre Neil hier eine Aktie profitiert. Wir sind hier investiert und lassen natürlich die Gewinne laufen. Samsung SDI, da müssen wir auch drüber sprechen, weil die Aktie, wir werden es jetzt gleich sehen, auf deiner Seite des Charts, hat sich ja unglaublich entwickelt in der letzten Zeit. Was ist denn da los? Warum so ein deutlicher Anstieg? Es freut uns sehr. Die größte Position im Depot 2030 vom Hotztag-Report, wir haben noch mal nachgekauft. Und hier gibt es einfach viele Gründe. Beispiel, den Green Deal haben wir erwähnt, europaweit. Davon profitiert auch Samsung SDI, fährt er in Ungarn seine Fabrik hoch. Die nächste Generation, die fünfte Generation der Batterien, die soll dann 20 Prozent mehr Leistungsdichte haben, 20 Prozent günstiger sein, 600 Kilometer Reichweite für Kunden wie BMW i4. Aber auch in Südkorea, im Heimatmarkt, hat der Präsident angedeutet, es gibt hier Förderung von eben Elektromobilität und Batterien. Insofern gehen Journalisten davon aus, dass es ein starkes Jahr wird, dass Samsung SDI Marktenteile gewinnt. Derzeit rund sechs Prozent. Und die Gewinne werden eben mal glatt verdoppelt. Nächstes Jahr 2021. Das KGV sinkt dann auf 25. Interessante Bewertung. Tolles Auto, was so wirklich eins der ersten richtigen, richtig tollen Elektroautos aus der deutschen Produktion wird. Wahrscheinlich mit Samsung SDI-Zellen. Insofern spricht einiges für Samsung SDI hier. Neues hochgemacht. Wir lassen die Gewinne laufen, kaufen jetzt aber nicht noch mal nach, weil es ist schon jetzt die größte Position bei uns. Apropos Elektroauto, wir schauen mal wieder auf Tesla. Da habe ich in letzter Zeit gar nicht viel an News mitbekommen, außer dass Herr Musk seinen Sohn doch anders nennen muss, nach kalifornischem Gesetz. Aber sei es drum, ich kann mit den alten Namen nicht merken, den neuen auch nicht. Was macht denn die Aktie, das Unternehmen? Gerade wenig. Wir würden hier weiterhin abweiten. Machen wir hier aus dieser kleinen Zeitbeschwängung den Sprung nach oben. Da haben wir Trader interessant. Ansonsten auch Vorsicht. Hier ist viel Luft zur Korrektur. Battery Day könnte Impulse bringen im Juni. GM hat ja auch angekündigt, mit der LG gemeinsam hier eine super Batterie voranzubringen. Eben Samsung SDI bringt nächstes Jahr eine. Tesla will auch schon nächstes Jahr die neue Batterie verbauen. Da muss man sehen, kann Tesla den Vorsprung halten. Bei den Kosten wohl unbedingt. Bei der Qualität gibt es andere Meinungen. Wir haben auch mit Experten gesprochen gehabt, immer wieder die sagen, bei der Qualität von wegen Brandgefahr vermeiden etc. ist Samsung SDI schon richtig weit vorne. Und die Gigafactory wird ja noch in Berlin gebaut oder in Brandenburg. Mal schauen, ob das vorankommt und ob da in diesem Jahr noch eine Fertigstellung... Genau, das ist immer wieder ein schöner Impuls. Klar, da gibt es jetzt die ersten schönen Drohnenaufnahmen. Das wird wie in den USA. Apropos Berlin. King of schlechte Überleitungen. Wir schauen auf die Berliner Effekten-Gesellschaft, die du uns mitgebracht hast. Warum ist der Wert gerade interessant? Also wir wissen ja, die ganze Welt, zumindest die Deutschsprache, spricht ja über Wirecard. Und Wirecard, enthalte ich mich mal der Stimme? Schon immer habe ich mich zurückgehalten und mache es auch weiterhin. Ich würde aber sagen, liebe Leute, wenn euch Wirecard zu heiß ist oder die Aktie vielleicht gerade im Abwärtstrend ist, wie wäre es mit der Wirecard-Alternative? Ein Profiteur, sozusagen die Bank, die immer gewinnt, egal ob Wirecard fällt oder steigt, war das Falsch, steigt oder fällt, ist die Berliner Effekten-Gesellschaft. Die haben ihn gemeldet, am 28. April war es soweit. Ein Rekordtag in der Wertpapierkartung. Mehr ist doppelt so viel wie sonst. 700 Millionen Euro Tagesumsatz nur mit Wirecard-Aktien. Es wird einfach wild gezockt und über die Tochter. Tradegate profitiert in der Effekten-Gesellschaft stark. Im April waren 160 Prozent mehr Trades als im Vorjahr. Hat sich wieder ein bisschen beruhigt jetzt der Handel, aber ich glaube, dieses Marktumfeld bleibt volatil. Es wird nicht einfach bleiben in den nächsten Monaten. Und da ist es ein Profiteur, also im Depot 2030, das Hot-Stock-Report. Schön ausgebrochen, schön konsolidiert. Über die Beteiligung Tradegate rechnet sich ein innerer Wert. Der Aktie liegt bei 36. Wir sind ja mit 27 drunter. Insofern auch eine schöne Investment-Idee, die Wirecard-Alternative. Weiter geht's an dieser Stelle mit Hypoport, wo wir auch im Chart sehen, dass es ja zuletzt wieder sehr, sehr gut lief. Du hast uns auch, wir sind gleich noch mal den CEO eingeblendet, Herrn Slapke. Der hat Aktien verkauft. Genau. Also Herr Slapke, ich erinnere mich, wie ich ihn 2015 im Eigenkapitalforum getroffen hatte. Da hat er ganz viel Zeit gehabt. Wenige hatten sich für seine Aktie interessiert. Es war noch so ein kleines mittelständisches Unternehmern, jetzt zum Milliardenkonzern ja aufgestiegen. Und der hat einen tollen Job gemacht und hat immer mit seinen Aussagen auch sehr richtig gelegen. Er hat schon ein paar Jahren dem Aktionär und dem Hot-Stock-Report ein Interview gegeben und gesagt, die Aktie wird sich vervielfragen. Wir sind klar unterbewertet. Der Meinung ist ja immer noch. Aber er hat immer gesagt, er wird keine Stücke verkaufen. Aber jetzt, das erste Mal, vor wenigen Tagen, ein Verkauf. Ich habe natürlich nachgefragt, Wieso verkauft der werte Herr Slapke jetzt Aktien? Bei genaerem Blick waren das aber tatsächlich weniger als ein Prozent seiner Gesamtposition. Aber er hat viele Aktionäre, mehr als ein Drittel an Hypoport. Aber trotzdem drei Millionen Euro. Er finanziert wohl privat auch ein Immobilienprojekt. Hypoport ist ja Vermittler von Immobilienkrediten. Jetzt will er auch mal selbst bauen. Offenbar, das sei ihm gegönnt, hat er sich verdient. Und das ist jetzt nicht entscheidend. Das schreckt auch die Aktien nicht, wenn man unter 1 Prozent, ich glaube 0,4 Prozent seiner Position jetzt verkauft hat. Wir würden hier klar die Gewinne laufen lassen. Das ist ja auch in der Turnaround-Formel im Depot beispielsweise, auf der Empfehlungsliste im Hot-Stock-Report. Wenngleich mit KGF 90 das Papier einfach kein Schnäppchen mehr ist. Man muss genau beobachten, wie entwickelt sich der Immomarkt. Aber aktuell Gewinne laufen lassen. Die charttechnische Luft nach oben ist frei. Okay. Letzten Wert haben wir noch. Bist du am Wochenende wieder Fahrrad, E-Bike gefahren? Es hat geregnet. Ja, stimmt. Es war perfekt. Aber ich habe gesehen, du weißt ja, hier in meiner Region gibt es riesige Mountainbike-Fabriken und auch Flagship-Stores von Cube beispielsweise. Hier stehen tatsächlich Schlangen. 30 Meter. Das gab es noch nie. Und wir haben jetzt auch mal nachgefragt bei einem Branchen-Insider vom E-Mountainbike-Magazin. Schmidt, der sich wirklich auskennt, der das verfolgt seit Jahren hautnah dran ist. Und er sagt, liebe Leute, das ist ein unglaublicher Ansturm ausgebrochen. Das boomt richtig. Und er geht eben davon aus, es ist ein nachhaltiger Boom. Er glaubt nicht, dass jetzt die Leute nur wegen Corona mal aufs Rad umsteigen. Er glaubt, es wird nachhaltig bleiben. Die Leute gehen vom Auto weg, fahren lieber mal mit einem Elektroantrieb im Fahrrad. Das ist ja fast wie Mofa fahren früher oder fast so bequem wie Autofahren. Er geht davon aus, es ist ein riesiger Boom, der noch gar nicht so rumgesprochen hat und der eben auch nachhaltig bleibt. Shimano ist ein Profiteur. Ausgebrochen. Kann man unbedingt in dem Bereich weiter einsammeln. Und wir haben ja noch eine sehr spannende Aktie ins Tipo 2030 gekauft, die wir noch ein Stück heißer halten als Shimano, die Top-Mountainbike-E-Mountainbike-Marken im Portfolio hat. Einfach mal gerne nachlesen im HotSock-Report. Florian, das war's für heute. Vielen Dank für deine Anleitung. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Musik Machen Bis zum nächsten Mal.